Hallo, mein Name ist Recep Aslamogha und ich begrüße Sie in unserem neuen Blumentreff. Wir bieten in unserem Blumentreff Toppflanzen, Dekoartikel sowie frische Schnittblumen. Hört ihr Leute, lasst euch sagen, ihr sollt diesen Rundgang wahren, hört Interessantes aus alten Tagen, eine kurze Stunde wieder schlagen und bei Nacht gesehen ist Limburg noch mal so schön. Ja, ihr Leute, lasst euch sagen, Limburg hat noch seine eigenen Nachtwächter. Zugegeben, ihr heutiger Job hat nichts mehr mit dem im Mittelalter zu tun, aber gewandet mit helle Barde und Laterne gehen sie noch heute durch die engen Gassen. Im Schlepptau Touristen und Einheimische, die sich von den Nachtwächtern die gut erhaltene Altstadt zeigen lassen wollen. Wir sind heute zu Gast bei den Nachtwächtern von Limburg und diese wollen sich natürlich selbst vorstellen. Ja, mein Name ist Paul-Josef Hagen. Ich bin nicht nur Limburger, ich bin auch Limburgerer Säcker, weil ich bin hier in der Limburger Altstadt geboren. Und ja, vor ungefähr 12, 13 Jahren kam ich auf die Idee und hatte mir überlegt, Limburg bräuchte eigentlich wieder Nachtwächter. Dazu braucht man natürlich auch wunderschöne Geschichten und dann haben wir Kollegen gesucht. Vier haben wir ja heute hier, wir sind insgesamt sogar acht Kollegen und wir führen unsere Gäste durch unsere Stadt und dabei erzählen wir Geschichten und Anekdoten. Mein Opa war zum Beispiel der letzte städtische Fuhrmann. Wir haben mit der Familie neun Jahre oben im Schloss gewohnt. Das heißt also, ist eine Verbindung da. Also, mein Name ist Helmut Ulm. Ich bin hier aus Limburg und seit zwölf Jahren Stadtführer und Nachtwächter. Ich bin jetzt seit circa neun Jahren Nachtwächter und Stadtführer. Ich bin dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind, sagt man. Geboren wurde die Idee für mich in einer Sauna, wo sich fünf Leute gemeldet haben. Die wollten alle Stadtführer werden. Und übrig geblieben bin ich. Im Mittelalter gehörte der Nachtwächter meist zu den unehrlichen Berufen und war schlecht bezahlt. Er lebte in ärmlichen Verhältnissen, in Limburg sogar vor den Toren der Stadt. Wir haben nur für die Ruhe und Ordnung gesorgt hier in der Stadt, damit abends die Leute auch wirklich frühzeitig zu Bette gingen. Mit den Hähnen, sagt man ja, steht man wieder auf. Und das war unsere Hauptaufgabe gewesen. Und deswegen waren wir auch sehr beliebt in den Kneipen. Denn wenn wir reinkamen, wusste jeder, oh, jetzt wird gleich die Kneipe geschlossen. Aber der Wirt war meistens sehr, sehr schlau gewesen, hat uns einen Korn spendiert und ein Bier. Und wir haben nochmal alle Augen zugedrückt und sind weitergegangen. Bevor die meisten Menschen, die Mittelalter Angst hatten, war das Feuer. Deswegen mussten wir bei uns im Rundgingen abends kontrollieren, ob in den Häusern das offene Licht gelöscht war. Und jeder Bürger, der nachtwächter abging, musste eine Laterne haben. Hatte er keine Laterne, war es das lichtscheue Gesinnbild. Und zu den Nachtwächteraufgaben gehörte es unter anderem, dass man zum Toreschluss im Zorn blies, damit all die Frauen, die draußen gearbeitet hatten, vor den Toren der Stadt, wussten, es wird das Tor geschlossen. Wenn zu, dann zu. Es gab kein Wenn, kein Aber und ich wollte nur mal, gab es nicht. Deswegen habe ich eine Viertelstunde vor Toreschluss noch einmal im Zorn geblasen. Damit die Mädels wussten, es wird eng, es wird Zeit. Und dann gerieten die Damen in Panik. Und die Panik nennt man heute noch Torschlusspanik. Doch lassen Sie uns nun ein Stück des Weges die Nachtwächter begleiten und lauschen, was sie so Interessantes aus dem Limburger Mittelalter zu berichten wissen. So, jetzt sind wir hier auf dem Haupthandelsweg, der damals zur Schiatsstadt führte, aus der Richtung Kramern oben von Köln. In dieser Richtung ging es Richtung Frankfurt. Das war also im Mittelalter die Autobahn A3. Ja, heute sind die Wege in der Altstadt geflastert. Wie sah das im Mittelalter aus? Man hat in den Häusern unten die Zunft ausgeübt, das Gewerbe. Man hat Vieh gehalten, hat die Fäkalien den Dreck auf die Gasse geworfen. Aber wenn es dann geregends hatte, dann sah es schlimm aus. Und deswegen gab es im Mittelalter schon die sogenannten High Heels. Das waren die High Heels des Mittelalters. Man ist gemeinsam durch dick und dünniger. Du meinst mit den High Heels die Trippen? Ja, diese Schuhe nennt man die Trippen. Von Trippeln, Trippeln. Damit die feinen Schüchen der Bürger nicht dreckig wurden. Du hast ja gerade erzählt von den Straßen, die hier durch die Altstadt gingen, die von Flandernogen über Köln, Limburg bis runter nach Frankfurt, Würzburg, sogar Konstantin Nobel gingen. Warum immer ausgerechnet durch Limburg? Limburg hatte natürlich im Mittelalter eine sehr, sehr bequeme Furt gehabt. Und man konnte hier durch die Lahn mit den Fuhrwerken fast das ganze Jahr überfahren. Und sehr, sehr früh hat unsere Stadt, unsere Stadtväter damals, schon den Gedanken gefasst, wir müssen die Fuhrleute auch wirklich hier auf dieser Strecke halten. Und aus diesem Grunde hat man auch schon ganz früh angefangen und hat eine Brücke gebaut. Durch die engen Gassen Limburgs auf dem wichtigsten Handelsweg wurden allerlei Waren transportiert, nicht zuletzt große Fässer voller Wein. Der Kutscher hatte es mit seinen so beladenen Fuhrwerken nicht immer leicht. Aber wie wichtig der Wein war, das kann man ja daran erkennen, dass die Fuhrleute, die hier entlang kamen, auf ihren schweren, ungelenkten Wagen, ja hier nicht immer um die Ecke kamen. Damit die nicht die Ecke umreißen, hat man da einen Abstandshalter hingemacht. Genau, haben die Fuhrwerke herangekommen und durch die eigenen Gewichte wieder in die Mitte geschoben worden. Die Kutscher zumeist besoffen. Man hatte ja nur Wein, man hatte nur Bier. Das Wasser aus der Lahn hätte ich nicht getrunken, da waren die Ausdünstungen einer Stadt. Wenn Bier umgekippt war, sauer wurde, was hat man da gemacht? Man hat Kräuter reingejagt. Und bei den Kräutern war dann schon mal die eine oder andere Tollkirsche dabei, sodass dann eine ziemlich lustige Geschichte wurde. Wir stehen jetzt hier an der engsten Stelle auf dem Handelswege zwischen Köln und Frankfurt. Und in Köln am Rhein an der Fuhrmannsherberge waren die Maße angegeben, die ein beladenes Fahrzeug haben dürfte, um hier in Limburg an der engsten Stelle überhaupt durchfahren zu können. Hier muss man sich das vorstellen. In Köln war vermutlich ein Holzgerüst gewesen, da sind die Fuhrwerke durchgefahren. Aber wehe, sie hatten ihre Waren, das war ja hauptsächlich in Säcke alles verpackt, über die Bordwand geladen und dann sind sie hier stecken geblieben. Und das zur großen Freude der Limburger. Denn dann kamen die Limburger, die Männer, und kamen zu dem Fuhrmann und haben ihm gesagt, hey Fuhrmann, ich helfe dir, ich lade dir die Säcke hier ab, bring sie vorne hin und lade sie wieder auf. Aber dafür hat er die Hand aufgehalten. Und so haben wir Limburger den Spitznamen bekommen, die Limburger Säcke. Man sagt heute noch zu einem Limburger, der in der Altstadt geboren ist, er ist kein Säcker. Und dann gibt es noch den Edelsäcker. Der Edelsäcker, das sind die Eltern schon in der Altstadt geboren. Genau wie mit der Nonne, was ist eine Edelnonne? Da war die Mutter schon noch. Ja, ja, man merkt, die vier Herren haben einen großen Spaß daran, als Nachtwächter durch die Gassen Limburgs zu ziehen. Für diese Folge soll es erst einmal genug sein. Begleiten Sie uns weiterhin in den folgenden Berichten über die Nachtwächter in Limburg, wenn Sie unter anderem über die Sieben Laster, die Türmer oder Raubritter berichten. Hört ihr Leute und lasst euch sagen, hier hilft weder weh noch klagen. Der Nachtwächter nahm euch in die Pflicht, wir machen nun aus Feuer und Licht. Die Zeit mit euch war schön, war fein, doch einmal muss ein Ende sein. Und darum jetzt zu guter Letzt, endgültig Schluss, für heute gar aus, ade bis morgen, kommt gut nach Haus.